Hallo bei NerdFan Medizin, von meiner altbekannten Couch, diesmal mit einem Short. Wir haben euch ja schon gesagt, in den Short soll es so ein bisschen darum gehen, dass wir Fälle, die so oder so anders vielleicht irgendwann mal stattgefunden haben, sicher auch für euch lehrreich sind. Für uns waren sie das auf jeden Fall und deswegen soll es heute um eine Mitte 40-jährige Frau gehen, die zu mir in die Notaufnahme eingewiesen wurde bei Zustand nach Wohnungseröffnung. Die Rettungssanitäter haben gesagt, die Frau wurde ziemlich verwahrlost da in der Wohnung vorgefunden, überall lag Dreck rum, das Ganze schien ein soziales Problem auch zu sein. Die Frau wurde erstmal von einer Pflegekraft gesehen und erschien da wie ein ganz normaler Messi, sage ich mal. Also war orientiert, zeitlich, situativ, hat keinerlei Schmerzen angeben, wusste eigentlich nicht so richtig, was sie da jetzt in der Notaufnahme soll, wollte eigentlich wieder zügig nach Hause und war ein bisschen sauer, dass man ihr vorwirft, dass ihre Wohnung so unordentlich ist. Dann habe ich mit ihr ein Gespräch geführt, sie befragt, tatsächlich hatte sie keinerlei Beschwerden, ich habe ein Labor abgenommen, alles vollkommen unauffällig. Und dann habe ich mir gedacht, naja, tatsächlich, die Frau kann ich so nicht mehr nach Hause entlassen. Am ehesten muss man da mal den Sozialdienst auch holen, weil laut Rettungsdienst das wohl eine unhaltbare Situation ist. Und bin im Ganzen nicht viel weiter auf den Grund gegangen. Und während ich dann gewartet habe, es war mal wieder so ein Tag, wo alle Betten im Haus schon belegt sind, und ich gewartet habe, dass mir endlich ein Bett zugeteilt wird, kam plötzlich die beste Freundin und ein guter Freund von der Patientin und die erzählt mir folgendes. Die sagen, bis vor zwei Wochen war die Patientin vollkommen normal, hat in sehr, sehr geordneten Verhältnissen gelebt, hat immer viel Wert darauf gelegt, ihr Äußeres auch wirklich Schuss zu halten. Und seit zwei Wochen haben sie eigentlich nicht mehr viel von ihr gehört. Das letzte Mal, als sie sie gesehen haben, war sie eigentlich so ein bisschen aggressiv, hat sich nicht gut gewaschen, das hätte man wohl gemerkt. Und jetzt machten die Beisen sich ziemlich viel Sorgen. Tatsächlich, muss ich sagen, hatte ich damit nicht gerechnet. Ich bin ja als Notarzt und generell in der Notaufnahme häufig mit Menschen zusammen, die irgendwie, sagen wir mal, eine andere Auffassung von Hygiene haben als ich, bei denen das überhaupt gar nichts Pathologisches ist. Und mit der Zusatzinformation habe ich mir natürlich große Sorgen um die Patientin gemacht und habe ein CCT von der Patientin angefertigt oder anfertigen lassen. Und was man daran gesehen hat, war ein Hydrocephalus internus, aufgrund einer Abflussstörung durch einen Hirntumor, der den Liquorabfluss blockiert hat. Dadurch hat die Patientin zunehmend eine Hirndrucksymptomatik entwickelt, musste dann zügig eben entlastet werden, man hat eine Ventrikeltrainage gelegt. Und warum erzähle ich euch den Fall? Weil das für mich ziemlich eindrücklich ist, weil ich glaube, es ist nur menschlich, dass wenn man das Wort Wohnungseröffnung hört, wenn man hört, verwahrloste Verhältnisse, wenn man dann auch noch vielleicht mit einem Patienten zusammentrifft, der das alles ganz normal findet, der vielleicht auch eher so ein bisschen einen aggressiveren Ton an den Tag legt, so war es bei der Patientin. Dann denkt man sich schnell, naja, also dafür ist die Notaufnahme nicht da. Wir sind hier nicht dafür da, dass wir das Sozialamt spielen, dafür gibt es den sozialpsychiatrischen Dienst. Warum muss ich da jetzt den ganzen Kram organisieren? Und dann tut man sich sehr leicht, indem man einfach sagt, naja, kein Notfall, nichts für Notaufnahme, auf Wiedersehen. Und tatsächlich wäre das eine Patientin gewesen, der ich damit vollkommen Unrecht getan hätte oder getan habe am Anfang. Warum? Was habe ich von dem Fall für mich mitgenommen? Tatsächlich vor allen Dingen, dass ich immer hinterfrage, warum leben die Menschen in solchen Verhältnissen? Natürlich gibt es manche Menschen, die sind Messis. Es gibt manche Menschen, die haben einfach ein anderes Konzept von Körperhygiene, von geordneten Wohnverhältnissen als wir. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die aufgrund irgendeiner akuten Situation oder aufgrund einer Überforderung mit der eigenen Erkrankung, mit den äußeren Umständen, in so eine Situation geraten. Und dann, wenn sich erstmal die Spirale dreht, dann kommt die soziale Isolation. Keiner möchte mehr mit den oft ungewaschenen Patienten dann Kontakt haben. Man verliert sie komplett aus den Augen. Sie verlassen das Haus nicht mehr. Sie gehen nicht mehr zum Hausarzt. Und das sind sehr, sehr häufig Patienten, muss man sagen, die bei genauer Betrachtung dann doch einige medizinische Probleme haben, denen wir uns vielleicht manchmal nur einfach gar nicht so gerne annehmen möchten, was ja auch menschlich ist. Deswegen für euch auf jeden Fall als Take-Home-Message. Beizustand nach Wohnungseröffnung, wenn die Situation sich nicht vollkommen klar aufklären lässt und da ein Mensch in vollkommen verwahrlusten Verhältnissen wohnt, dann nimmt das den Menschen nicht übel, sondern der fragt erstmal, überlegt, gibt es dafür vielleicht einen Auslöser, ist vielleicht eine Krankheit, vielleicht auch eine psychiatrische Krankheit, auslösender Faktor für die jetzt schlechten Wohnverhältnisse? Und können wir den Patienten vielleicht da mit einer reversiblen Ursache doch helfen? So, das war es von mir mit meinem Short. Ich hoffe, es war spannend für euch. Ich wäre extrem interessant, ob ihr vielleicht ähnliche Fälle erlebt habt. Ihr wisst, ich schreibe es immer wieder bei Facebook. Ich liebe die Diskussion mit euch. Von daher, euer Feedback wäre mir extrem wichtig. Und natürlich wären auch eure Storys und eure Erfahrungen ganz, ganz wichtig. Ciao. Bis zum nächsten Mal.